Hi liebe Freunde und Damen und Herren, herzlich Willkommen zu einem neuen Land gespielt Football Strike ist heute am Start und Geht auf Fußball! Ups Ach so, wir waren exakt zum Ziel erwischen, ja. Ah ja, okay. Ein guter Schuss probieren wir erstmal mit einem echten Trefferrennen Gegen... eine Maschine Sieht wie ein echter Mensch aus. Jeder hat zwei Gold-Einsers gegeben Ich mach das eigentlich die ganze Zeit, holy shit! Das hatte ich nicht, woher er entschießt, ne? In welches Ziel. Oh, das scheint am Computer gesteuert zu sein Oh! Easy gewonnen, ist ja natürlich selbstverständlich. Ja, mit der Kohle Und wir haben 68 Erfahrung kassiert Du hast vorhin das freigeschaltet, freigeschaltet. Freistöße. Testen wir den Können beim Tor hüten Wäsche zum Ball Gut geil, probieren wir jetzt mal mit einem echten Freistoß spielen Na, da bin ich mal gespannt Andere machen wir das Ziel schießen Ich soll schießen! Mal abwechselnd Aus... 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 Wir hatten die 10 Sekunden. Wir kriegen... ...einen Fußball, Goldmünzen und eine Hose. Erinnere mich grad so ein bisschen an... ...Clash-Wall, ne? Trefferrennen. Ich hab voll Bock auf Trefferrennen. Wobei, Freier stehst du auch nice. Preis 400, Preis 1000, Spiele Online 200, Spiele Online 75. Oh, hier nochmal. Ach, schade. Ich dachte, man kann beide treffen. Aber das ist wohl nicht möglich. Glücksball. Ich kann ja... Witzig gewesen, wenn ich ihn hätte abschießen können. Ach, genau. Das hab ich befürchtet, dass das immer passiert, ja. Dass du mir einfach mal in der Ziele wegnommst. Ups. Noch eine Tasche, sehr nice. Ja, damit drei Stunden. Mhm. Die 10 Sekunden, das war immer nur wieder... Fake. Ja. Tatsache sind's halt wirklich... ...Gratis müssen abholen. Ja, damit. Nämlich. Warum nicht? Nö. Kein Video angucken. Mach ich keinen Bock drauf. Drehen und gewinnen. Drehen und gewinnen. Einen Gratis-Spin jeden Tag. Nein, immer ein Achter. Achter München. Nimmt man. Nimmt man mit Karriere pro Stufe 2 freigeschaltet. Wir machen auch Freistöße. Wir können halt nur die Anfangsmodis aussehen, weil wir einfach die anderen noch nicht können. Weil wir einfach noch kein hohes Level haben dafür. So witzig ist, dass die den nicht halten. Dabei sieht das immer so aus, als ob das überhaupt nicht reingeht. Haha, genau. Das gleiche wieder, ey. Hä? Der hätte ihn noch voll in der Flosse gehabt. Holy shit. Ah, gut. Best of 5 ist es immer. Also wer zuerst 3 hat. Wer zuerst 3 hat? Ich glaube, wer zuerst 3 hat, hat gewonnen. Nein, Level 2 erreicht. Weil die kann ich halt erst danach, ähm... Okay, kann ich nicht mehr was. Die andere Tasche kann ich halt erst danach machen, sobald die andere offen ist. Also das hat mir bei Clash Royale auch nicht gefallen, dass man nochmal so wirklich Ewigkeiten warten muss. Auf geht's. Auf geht's. Karrieremodus. Jetzt war mal richtig Karriere, ne? Jetzt geht's ab. Zum Fußball-Weltmeister. Hä? Hä? Okay, man muss auch noch, äh, Unterschied zwischen Boden- und Luftabwehr. Ist ja doof. Okay. Was? Was? Du verdammter Cheater. Köh, 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 köh. Alter, ist doch alles gecheatet hier gerade. Holy shit. Er hält meine Bälle ab, ich halte seine Bälle ab. Und trotzdem gehen die rein. Was ist das denn? Ja, das ist schon ein bisschen merkwürdig gewesen. Oh, eine gute Tasche ist das. Oh, sorry. Ich möchte einmal spielen, nein, vergiss es. Ich muss in meiner Karriere weiter vorankommen. Acht Stunden! So sieht ihr aus, ey. Das ist anscheinend ein echter Wünsch gewesen, ne? Indem du durch den Energiering schießt. Hä? Check ich nicht. Ich geh gar keine Punkte dafür. Äh, das ist falsch. Ich geh immer noch einen Punkt da. 150 km. Was soll ich denn sonst machen? Ach ja, das ist eine Zielscheibe. Hab ich gar nicht gesehen. Hä, war die gerade da? Nein, oder? Kannst du bitte aufhören? Wir haben da mal irgendwelche Ziele. Ja, müsst ihr mir mal sagen. Aber ich hab' ich nicht gesehen. War die gar nicht da gewesen? Ich hab' ich echt nicht gesehen. Ich hab' sowas' geiles Zielscheibe gesehen. Ich hab' sein herzliches 3, ey. Dreiecke immer mit der Ecke. Letzte kann hab' ich noch. Zumindest einstern hab' ich voll. Boah, einfach. Muss ich schon anders schießen wahrscheinlich. Deine Werte mehr 30 Zonen reicht der Roll, war? Reicht völlig aus. Fangen wir damit an, nehm ich mit. Zumindest Freistöße. Okay. Nehmen wir noch einmal. Schönen Einsatz von 200 jeweils. Cheater. Zu spät. Okay, ich muss einen abhalten. Okay, er war auch ultra langsam. 90 kmh. Was ich für ein Hengst bin. Easy. Und lachen wir jetzt die Erfahrung. Irgendwieder so'ne komische Kiste. Herr Affen, nehm ich euch nochmal spielen. Lass mich's in Ruhe, Alter. Weg. Tschüss. Haut ab. Bälle, die wir alle andere Bälle, die wir benutzen könnten. Na, wenn wir halt, ähm, die entsprechenden haben, wenn wir sie öfter wie sie haben, kann man sie halt verbessern dann. Und zweimal brauchen wir den Basisball, noch einmal den klassischen Ball, da kann man sie aufrüsten. Schon ein bisschen unfair. Aber gut. Vielleicht kriegen wir auch nur irgendwie mehr AP oder so. Wobei hier steht ja, äh, Kraft, Genauigkeit und Kurve. Ja. Cool, cool. Gesamtgeber jetzt hat er um 400. Siegfoto 100%. Ein Erfolg. Ja, ein paar Erfolge. 88. Ach so, weil die mehrere Sterne haben wir. Ja, fünf Sterne hier teilweise. Okay. Gut, Leute. Ich würde sagen, dass wir ausgewiesen mal angespielt zu Football Strike. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Angespielt. Bis dahin. Ciao.